Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum JFD Devisenradar heute am 1. Juli. Neuer Monat, neues Glück, neuer Erfolg. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie den Juli auch erfolgreich abschließen werden. Der Juni ist ja hinter sich gebracht sozusagen. Auch hier hoffe ich ein jeder ist gut durchgekommen durch den Brexit Event, der hier sicherlich für viel Unruhe gesorgt hat, aber auch natürlich ein Event war, auf den man sich vorbereiten konnte. Letztlich der Goldpreis und den hatten wir zu Wochenbeginn direkt schon mal unter die Lupe genommen, hat von diesem Szenario des Brexits profitiert. Wir sehen hier die Kerze vom 24.06. am 23.06. Abstimmung, in der Nacht zum 24.06. dann die Entscheidung. Goldpreis hier mit einer Kerze, die sich hier über 100 Dollar erstreckte. Das ist schon fuminant und wir hatten am Montag, wie gesagt, hier eine Prognose gewagt, dass der Goldpreis eben sich oberhalb von 1.300 Dollar festigen sollte und die Aussicht dahingehend sehr sehr gut sind, oder die Aussichten sehr sehr gut sind, dass der Goldpreis eben tatsächlich seine Aufwertungsphase, die wie wir jetzt hier sehr schön im Tagesschart abblicken können, seit Ende letzten Jahres durchaus weiter fortsetzen kann, Schrägstrich sollte. Also die Situation ist die, dass der Goldpreis, wenn er denn weiterhin oberhalb von 1.300 Dollar, die Unze bleibt, das ist jetzt hier auf jeden Fall ein sehr signifikantes Level. Erstmal eine runde Marke, zweitens hier eben aufgrund der letzten Hochpunkte vom Mai und Juni eine signifikante Zone und das können wir auch mal hier schnell darstellen. So, schwupps, drehen wir den Pfeil einfach mal um, machen den jetzt hier sozusagen als 1 des Widerstands Level mal rot und da sehen wir hier, wie schon wir mit Guidance das ganz schnell hier darstellen können, uns sozusagen hier einen charttechnischen Eindruck zu holen. Also hier oben 1.300, 1.303 dieses Level. Wenn wir uns da ein Stück raus scrollen, dann haben wir hier auch 1.307 diese Zone. Also auf jeden Fall das Hoch hier damals vom Januar 2015. Hier auf jeden Fall ein Bereich, den man im Auge haben sollte, haben muss und jetzt gab es eben hier eine kurzfristige Konsolidierung Ende des Monats, Ende des letzten Monats und dann während der letzten drei Tage schießt der Preis wieder nach oben, beziehungsweise während der letzten zwei, heute, hier heute auch schon wieder mit knapp 16 Dollar vorne. Der Goldpreis hier im Schnitt aktuell aufgrund der hohen Volatilität und natürlich aufgrund dieser Monsterkerze vom 24.06. hier mit durchschnittlich 20 bis 25 Dollar Range am Start. Also heute könnten hier durchaus noch mal 10 Dollar oben drauf kommen. Dann würden wir uns hier in den Bereich 1.344 Dollar etwa bewegen. Das ist gut möglich und auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn wenn wir uns hier das Ganze mal ein Stück weiter anschauen vom Tagesschart im Wochenschart, dann ist die Situation die, dass wir hier den nächsten eigentlichen Widerstand haben hier im Bereich um 1.382 Dollar und noch ein Stück weit höher dann hier eine Zone, so will ich es mal definieren, um 1.410 Dollar. Dieser Bereich ist auf jeden Fall eigentlich die nächste markante Marke und da reden wir eben über einiges an Unzen, an Unzen sage ich schon, an Dollarwert in Unzen, der sich hier nach oben entfalten kann. Und 70, 80 Dollar darf es eben hier durchaus rauf gehen. Die Saisonalität beflügelt das prinzipiell auch. Wir können noch mal hier eine Vorausschau wagen. Übrigens dahingehend der August ohnehin ein sehr, sehr guter Monat bis in den September hinein. Sie sehen es hier sehr, sehr deutlich, dass wir nach einem leichten Dip, der gegebenenfalls noch kommt. Aber wenn wir oberhalb von 1.300 Dollar uns festigen, also wenn selbst Gold die Performance der letzten Tage hier noch mal umkehrt und sozusagen auch im kommenden Monat oder jetzt im anstehenden Monat auch in der kommenden Woche jetzt sozusagen noch mal Rücksetzer vollzieht, oberhalb von 1.300 Dollar bleibt das alles sehr, sehr bullisch und sollte es sich hier im Sinne der Saisonalität um einen kleinen Rücksetzer handeln kurzfristig, dann wäre das technisch gesehen eigentlich eher noch mal eine Chance zum Einstieg. Denn generell, wie gesagt, saisonal sieht sehr gut aus, charttechnisch sieht sehr gut aus. Das ist fast so schön, um wahr zu sein. Hier passen aber die Signale zusammen. Insofern müsste schrägschlich, sollte der Preis weiter performen können. Und hier jetzt mal der Blick auf einen Monatschart. Hier im Big Picture unter logarithmischer Einstellung und den Heiken-Naschi-Kerzen. Und da sehen wir sehr schön, dass der Goldpreis, was ja auch durchaus eine Option war, hier die 1.000 Dollar Marke zu durchbrechen. Aber das tat er eben nicht. Er trete jetzt hier oder trete hier sehr, sehr dynamisch auf. Und seit Februar sehen wir hier die bullischen Heiken-Naschi-Kerzen in den letzten zwei Monaten. Ein Stück weit Unsicherheit dann, aber aufgrund des Brexit-Events gab es eben doch hier ein neues Verlaufshoch. Und Sie sehen auch hier, dass wir hier so einen Abwärtstrend aus dem Jahr 2011 haben. Und hier auch so einen Horizontalwiderstand im Bereich 1.435 Dollar, der sich anhand dieses Charts ableiten lässt. Und auch hier verspricht sich im Prinzip eben auf jeden Fall noch mal Potenzial mit Blick auf die nächsten Wochen, Monate hier von mehr als 80 Dollar. Also hier dürfte es durchaus noch ein Stück weiter hochgehen. Und der Goldpreis scheint hier im Auftakt einer weiteren Performance zu sein. Richtig befreiend. Das muss man ganz klar sagen, wäre es erst, wenn wir hier dieses frühere Unterstützungsniveau bei 1.500 zurückerobern. Dann möchte ich direkt hier noch mal einzeichnen. Sehen wir aber jetzt in dem Wochenchart noch mal ein Stück weit genauer. Gehen wir direkt mal da hin. Da haben wir hier nämlich diese Zone, wo es denn damals auch zum Durchbruch kam. Hier bei 1.565 Dollar. Das war hier ein mehrfach bestätigtes Unterstützungslevel über das Jahr 2011, 2012 hinweg. Und dann hier im Jahr 2013 knallte es sozusagen nach unten durch. Und das war auch dann letztlich der Startschuss für die bis eben hier ins Jahr 2016 anhaltende Korrekturbewegung. Und hier arbeitet der Goldpreis eben an einer Relativierung dieser Schwäche. Sie sehen aber auch selbst, das ist noch ein ganz schön langer Weg. Aber der Anfang ist gemacht. Abwärtstrendlinie. Gewisse markante Hochpunkte sind hier überwunden worden. Und Sie sehen, der Weg ist jetzt eigentlich kurzfristig frei bis eben 1.383, 1.410, 1.420 und dann eben letztlich auch bis 1.550. Das wären auf jeden Fall die nächsten Schritte, die hier der Goldpreis machen sollte, wenn denn die Performance auch so weiter anhält. Wir wissen natürlich nicht, was passiert, aber charttechnisch ist der Zug eigentlich in Fahrt. Und es sieht so aus, als müsste der Goldpreis seine seit Monaten eingeleitete Erholung weiter fortsetzen. Gehen wir hier nochmal final in den Stundenchart, um mal kurzfristig das Bild einzufangen. Da sehen wir, dass der Goldpreis ja, wie gesagt, sich schon weiter nach oben geschraubt hat. Der Freitag mit 55% positiver Schlusspreise. Der bullischste Tag beim Goldpreis. Also hier definitiv auch im Overall View. Reden wir über die letzten 17 Jahre. Hier mit 58% positiver Schlusspreise. Der ganz klar bullischste Tag. Und aufgrund dessen, dass wir hier jetzt heute schon über 15 Dollar nach oben gelaufen sind, knapp 16 eben, sieht es so aus, dass wir heute auch hier weiter nach oben laufen könnten. Und wie gesagt, rein von der Range wäre eben Luft bis in den Bereich 1.344 Dollar. Und wenn es dazu kommt, dann hätte der Goldpreis wieder seine Erwartungen erfüllt. Und die Konsolidierung der letzten Tage, was wir hier sehen, scheint sich eben hier nach oben aufzulösen. Klar, hier unten beim Oszillator sind wir schon ein Stück weit überkauft. Ja, aber so ein Oszillator in Trendbewegung ist zu vernachlässigen. Das heißt, das kann natürlich hier ewig über 70 Punkten bleiben. Der Oszillator, der uns praktisch hier einen überkauften Zustand anzeigt. Aber natürlich, wenn der Goldpreis noch ein Stück weit seitwärts läuft, dann baut sich auch der überkaufte Bereich ab. Und dann gibt es auch hier von technischer Oszillatoren-Sicht wieder ein Kaufsignal. Also die Lage generell bullisch, generell gut. Und insofern Glückwunsch an alle, die hier den Gold Play Long gespielt haben. Ich sage erst mal an dieser Stelle danke fürs Zuschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den neuen Monat, einen erfolgreichen Handel. Und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Und dann geht's.